Ich geh da mit rein Servus Leute, was geht und willkommen beim neuen Video Ja Freunde, ich war eben zu meinen kleinen Cousins und nehme euch heute mal wieder ein kleines bisschen mit Und ich würde sagen, bis gleich So Freunde, ich bin jetzt dort angekommen, war Spaß, ich steh schon die ganze Zeit hier Aber das muss natürlich fürs Video cooler aussehen, wenn die so tun, als ob ich da hinfahre Merch ist online, check this up Und ja Freunde, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, da mein Merch so gut bei euch angekommen ist Checkt auch mal mein Instagram ab, ist auch unten in der Videobeschreibung Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Cause she's gonna have to get his hipster Das war's für heute. Trink mal richtig cool hier, Herr Ratsch. Herr Ratsch, tu mal so, als so, als Moll. Trink mal richtig cool, Herr Ratsch. Päh, war so ein Model. Das ist da weh. Hey, das ist etwa Kassel-Spagat. Los, komm, komm. Was ist der denn? Ja, Leute. Das mit dem Skaten und sowas üben wir, glaube ich, noch ein bisschen. Ich glaube, ich habe mir meinen Fuß irgendwie angeprellt. Ja, Leute, wenn ihr sehen wollt, wie das Foto geworden ist, dann folgt mir auf Instagram. Links unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut und haut rein. Jogi, ihr seid so hässlich, Alter. Ja, Leute, ich war gerade bei meinen besten Freunden und zwar musste ich da was abklären wegen meinem Führerschein, Freunde. Ich muss ihn ja abgeben, schon seit etwas Längerem. Aber ich habe eine Frist und ich kann mir aussuchen, wann ich meinen Führerschein für einen Monat abgebe und ich habe das gerade noch mal ein bisschen geklärt. Ja, Leute, sieht das nicht geil aus, Alter, ohne mit Schwarz und Zähne. Geil! Übrigens, diese Jungs, die die ganze Zeit hier rumlaufen, das sind alles meine kleinen Cousins, klein, ja, die sind alle schon fast mittlerweile 18, Alter, die kleinen Pister sind groß, Alter. Das sieht so geil aus, Alter, ohne Witz. Jo, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und checkt meinen zweiten Kanal ab. Link ist auch in der Videobeschreibung, das ist auch ein Video und Merch ist auch in der Videobeschreibung, verlinkt, Freunde. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Ciao.